Also eigentlich haben wir dem Robert nur zwei Autos vorgestellt. Nein! Doch, komm, OPLAS3 ist super. Ich schenk dir eins. Ich schenk dir eins, wenn du ein Jahr damit fährst. Jeden Tag. Hart. Lang. Pro-Ei. Drei Haare. Ich schenk dir eins. Ein richtig schönes. Ja? Mit so drei Etagen, Spoiler hinten drauf. So im Radio mit so einem Display, wo es rausfährt. Geil. Das ist die Kunst der Jugend. Neun mal 16, Bobbett T. Bobbett A wär geiler. Flachdeckel Bobbett A kannst du auch haben. Mit Airbosch. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Geil. Sonnenuntergang Airbosch auf den Felgen. Ein Jahr. A3F, ne? Ja. Man hat sowas auch früher immer gemalt, so. So. Ich hab einen Pimmelmann gemalt. Flügeltüren. Zwei Farben Lederausstattung. Hör zu. DTM Auspuff. 28er Momo Lenkrad. Ich fühl mich geehrt. Alu Handkrebsgriff. Griffelblechboden. Oh, jetzt langsam werde ich schwach. Böser Blick. FK-Fahrwerk. Auf der Heckscheibe. Kenwood Aufkleber. Das ist ein PS-Profi-Geschenk für all die schönen Jahre mit dir.